Wir sind wie ein Buch. Wir Menschen sind ein Buch in vielen Seiten. Wir können in ihm lesen und Wissen darüber erlangen, wenn wirkliches Interesse besteht. Es kann achtlos zur Seite gelegt oder auch gewundernd von ihm gesprochen werden. Manchmal ist ein Buch wie eine Offenbarung. Kann Schlüssel sein mit guten oder weniger guten Seiten. Wir können die Seiten in schwarz-weiß betrachten oder andere in allen Farben. Ein Buch kann, wie ein Mensch, alle Facetten wiedergeben, von traurig bis heiter, von gelassen bis angespannt, von himmelhoch jauchzend bis zu Tode bedrückt. Ein Buch hat eine endliche Komponente, wie wir Menschen, und es bleiben zuletzt abgeschlossene Kapitel, wie auch ungelöst. Ein Buch begleitet unsere Gedanken eine Zeit lang, wie auch Menschen uns begleiten, um irgendwann abgelegt, ja, im schlimmsten Fall, zu Staub zu werden. Ein Buch kann Geschichte schreiben oder in der Bedeutungslosigkeit verschwinden, was heutzutage bei Menschen leider auch vorkommt. Ein Buch kann schwer sein oder auch fehlerleicht. Ausgehend vom Betrachter kann es nützlich sein und dienen. Es kann Ratgeber sein, kann liebevoll und schweigen, leider auch zu leicht in Vergessenheit geraten. Hartmut halten.